Lass die Shitshow beginnen wir, wa? Wir spielen jetzt Fortnite Ich kann's nicht ohne zu lachen sagen Schüsse Wo ist Shooting? Hab ihn getrittet für dich Bestes Programm Mein Lieblingssender Oh mein Gott Ja, Ameisenfußball Haben wir mal gesagt, hier Ameisenfußball Da, da ist einer Er ist, er ist tot Wo ist er denn? Da Da vorne, das kappelt er Getroffen Oh mein Gott, wie ich am flexen bin Auf einmal hier, komm wir packen wir uns Ok, hab Hab gepackt Fortnite, Statement Orbi Boah, Girls just wanna Have fun Er ist tot Du bist eine Aufgabe mit dem Game Warum sind die so schlecht? In den Arsch geschossen Ja, gute Frage Den pack ich wieder, komm her du Schwanz Goldene Levercraft in dein Arsch, Alter Und tschüss So Oh, wir sollten aufpassen, hier sind Spire Ja, ist ein Spire Assassin in der Nähe Oha Was zum Nachladen, nachladen, nachladen Noch ihn gekillt Ja Oh, ne goldene Maschinensode Angenommen mitgenommen Boah, Junge Ah ok, Google Maps, Daten und tschüss Schön, äh, äh Internetverlauf gelesen und tschau Tot Hier Mit dem Bogen Äh, mit dem Bogen des Lichts Und dieser Levelunterschied hat Vielleicht mit Level 27, Mann Oh Mann, ey Ich raste aus hier, ey Die sind echt zu geil, Mann Nein, nein, kein Geld ausgeben Schnell, ich geh auf bereit Ich, kein Geld ausgeben Nein Also ich kann das hier, ähm Ah, ja, bisch Ich bin, ich hab den besten Emote, ey Warum Ich krieg nur die besten, ne Mhm Dann kriegst du nur, wenn du das geheime Secret Auf der ersten Insel machst Mhm Da bekämpfst du dann nämlich alle X-Men Alle Avengers und Deadpool Ja Wenn du die besiegst Und dann nochmal das Super Mega Extra Super Secret bekommst Dann, ähm Dann, dann hast du das freigeschaltet Ich bin nur die Putzfrau Hallo Können Telefon Hör Oh Gott Oh, er läuft durch den Wald Hier Oh Ich treffe einfach gar nicht, Mann Ich hab getroffen. Yo, oh, wie Nessie. Wann droppt ihr das nächste Album? Da schürmt jemand hin. Oh, ich hab ihn gekillt. Er hat's geöffnet, ich hab ihn gekillt. Da willst du runter? Ich hab ein bisschen Angst. Hier ist Wasser unten, einfach runter. Oha. Ja, bestimmt geht das. Oh mein Gott, das Spiel ist total komplex. Da. Oh, nice. Jetzt geht's runter. Oh, die heilt sich. Na? Ayus. Ich hab sie. Da oben drin ist es. Dumme Kuh, ey. Ehrlich. Schade, ich dachte, der schnippt vielleicht da durch oder so. Okay, macht sich ein fort. Ein fort. Er macht gar nichts. Oh, nice. Ist er wirklich gestorben, oder was? Der ist da halt wirklich runtergefallen. Ja. Oh. Ich hab leider gar keinen Skin. Wenn man wieder einen kaufen möchte, man einen checken möchte. Ähm. Hier, down in der Beschreibung ist meine PO-Box. Aber, ähm. Schimpf. Oh, nein, 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 nein. Stay alive. Obi, du musst uns alle retten. Du bist unsere letzte Hoffnung. Was? Never. Ich muss mich erstmal heilen, Mann. Äh. Äh. Halt dich schneller. Nein. War geil, oder? Warum machst du? Warum sind die alle so dumm? Das seid ihr ja. Oh, sie leben wieder. Oh, mein Gott. Meine Unterschützung. Die Runde ist ergabelt. Hilfe. Oh, alles gut. Oh, lol. Ich komm klar. Alles im Alleingang. Hier, da. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Oh, ich hab Angst gehabt, dass ich hier überfahren werde. Fahr. Fahr. Falsche Richtung. Nach links, du Honk. Oh, nein, Brudi. Links ist übrigens jemand unten. Oh, fahr doch gerade. Fahr doch gerade. Fahr doch. Du Penner, Mann. Oh, zu dumm zum Scheißen, ne? Oh. Oh, Junge. Warum hast du den Ton? Der Sturm ist ja schon längst da. Oh. Oh, warum sagt keiner was? Alle halten die Fresse, sind richtig ruhig und sagen nicht, dass wir sterben. Oh, nein. Okay, wir sterben. Robby, der Sturm kommt. Hä, wie kann er denn denken? Ich hab einen Kopf los gemacht. Wie kann er denn denken, dass wir hier tatsächlich irgendwie sterben durch ihn? So, hallo, ich bin ein random NPC oder so. Oder random Gegner. Boah, ist das dreckig hier. Ich muss erst mal ein bisschen putzen. Nice. Hat sich gar nicht bewegt, ey. Und ich bin am Schießen wie ein Weltmeister, ey. Hier. Nein, nein. Nein. Man kann dich gar nicht ernst nehmen. Hast du noch nie ein Fortnite-zockendes Pferd gesehen? Du Schwein. Was? Ich weiß nicht, weil du das einzurösen, irgendwie. Oh, geil. Oh, geil. Das hat, seitdem seine Mutter zerfetzt, Alter. Oh, geil. Hä, warum ist man so dumm? Warum ist man so dumm? Wir sind hier mit drei Leuten. Er geht auf drei Leute. Hä? Oh, ja. Oh, Juge. Wie ist er tot? Ja, okay, nice. Puh, mein Herz. Die stehen nur vor dir und gucken dich an. Und machen einfach gar nichts. Er steht da rum und guckt mich an. So wie ich, was mein Outfit ist anscheinend oder so. Keine Ahnung. Anstatt so eine Waffe zu zücken, auf mich zu schießen. Nope. I want to stalk you. Was ist denn hier Lieblingsfilm? Ja, Dirty Dongsing. Was? Äh, Dirty Dongsing. Wie, wie bitte, was? Dongsi Dengsi. TV-Total-Nippel ist das. Boah, meinst du den, der auch All the other kids gone pampura key better than rather and bam singt? Was? Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Oh, guck mal, Obie ist ein Freund, finde ich. Der tanzt aus, wenn die Fingstanz. Wo? Ja, die da. Was da? Ihr fährt zweckvoll. Ich wollte, ich wollte gerade schon, ich wollte gerade mit ihr tanzen. Er ist tot. Le, oben, oben. Le, über die, über die, rechts. Da können Materialien mehr, scheiße. Unter die, unter die. Nein! Er hat Kopfschuss gemacht. Ne, was? Alles brennt. Was ist denn Teufel? Der ganze Wald brennt, das geht? Alter. Das ist irgendwie schön. Making my way downtown, walking fast. Face is better. Da, 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 da. Disco-Sting. Mmh, Vollmilch. Merci. Gass es dich gibt. Mmh. Yummy. Ja, moin. Er mit seinem, er mit seinem 3-Euro-Führerschein wieder, ey. Der, 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 yo, was geht ab? Oh! Ah, meine Niere. Durch den Zaun. Ich hab durch den Zaun geschossen und getroffen. Oh, Bubi. Also, ich habe wirklich Spaß an Fortnite. Es tut mir leid, aber es ist so. Anscheinend verärgere ich gerade Leute damit, dass ich einfach nur hier sitzt und Fortnite spiele. Lustig, wenn man Leute triggern kann, ey. Ich bin selber schuld. Ja, es ist ein lustiges Spiel, so. Weiß gar nicht was, sie passen voll viel. Ihr seid mir scheißegal. Wir haben Spaß. Wie gehe ich runter? Ich bin tot, Alter. So. Ja, wieder zurück. Oh. Oh mein Gott. Das Midi-Kit bezahlst du mir, ne? Du Wichser. Du fucking Wichser. Du scheiß kleines Stück Scheiße, du. Ich weiß nicht, wo dein Ziel ist, aber es muss ein fantastischer Ort sein. Wohin der Wind nicht zu sein? Es wird ein fantastischer, toller Ort sein, wo wir hingehen. Egal, wo es ist. Ja, wo denn? Oh, ja. Ja, bestimmt. Drei Schüsse, er war tot. Er hat es nicht bewegt. Mit Pfeil und Bogen. Auf kurzer Distanz getötet. Let's go. Äh. Alter. Was ist das? Was war das? Ja, Mann. Wuh. Wow. Wow. Moment. Äh. Du, das ist doch ein Taxi. Äh. Keine Ahnung. Autosex. Wow. Äh. Oh. Äh. Äh. Was? Was ist? Was ist? Was ist hier los? Was ist das? Was passiert hier? Wir werden abgeschossen. Von wem? Ach, ist doch ganz egal. Fahr einfach. Ganz ehrlich. Komm, wir krabbeln in Scham weg. Nein. Oh, wie gemein. Vor allem, sein Name ist Hopsasa. Oh nein. Mach uns alle Ehre. Zeig, was du kannst. Wow. Richtig. Richtig. Ich wollte das sagen, nicht für uns, aber dann hat es sich schon erledigt. Oh.